Hey, riecht's nach Holz? Hast du ne Latte? Ein Holzwarmer. Achso, ne Holzwarmer? Oh. Endlich wieder zu spät gekommen heute auf Arbeit. Mega nice, ich bin mega zufrieden. Wir sind hier am Start. Die Karre ist jetzt Schrott, Alter. Ich hab hier wieder den letzten Dreck bekommen, Mann. Was ist das für ne Dreckbude, Alter? Könntest du mal voll ausrasten. Merkt ihr das? Die Reifen sind einfach voll im Arsch. Der Laden ist voll, die Kohle fließt, aber die Arbeitsmaterialien. Ne, muss man nicht machen, braucht man nicht. Ach, was, was, wozu braucht man Arbeitsmaterialien auf Arbeit? Macht ja keinen Sinn, oder? Digga, wie das hier aussieht. Schwimm mal jetzt in meiner Wohnung, guck dich scheiß an. Ne Leute, ich möchte euch was ins Herz legen. Ähm, geht raus, bezieht Hartz IV, äh, Monatsanfang, geht morgens um halb acht auf dem Marktplatz, äh, auf dem Rathausplatz, äh, Stadtmitte oder was auch immer. Gebt euch die Kante mit Billigbier. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Das ist einfach so. Es ist vier Uhr elf. Ich fahre mit einem Startwagen. Auf Arbeit. Auf Arbeit. Das ist das Schlimmste. Wenn es jetzt auf dem Stadt, äh, auf dem Marktplatz gewesen wäre, oder so, ja, mit, äh, 30 Cent Bier oder 25 Cent Bier, dann wär's natürlich besser. Geht raus. Geht zum Amt. Lasst euch Geld geben. Macht nicht so'n Fehler wie ich hier. Das ist, äh, ja, das ist der Lifestyle. Also morgens um halb acht, wenn ihr dann schon wach seid, ja, weil mit Hartz IV steht man, glaub ich, später auf. Also ich weiß nicht, wie das jetzt so ist. Äh, 2018, aber, ja, man kann ja auch morgens, guck mal, mach's einfach durch, oder so. Also, muss zum Gucken. Geht alles. Ja. Mit Hartz IV geht alles. Auf der Zeit der Welt. Ihr könnt euer ganzes Leben umgestalten, ja. Müsstet hier nicht auf Arbeit sein. Ihr könntet, eure Wohnung wär sauber. Guckt meine Wohnung an dich. Ja, seitdem ich arbeiten gehe, sieht die Wohnung aus wie Scheiße. Ist nun mal so, ja. Na, 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 na. Ja, auf da. Warum? Warum, warum, warum soll ich das nicht mehr aufhören? Ich zähle, ich zähle, ich spiele nicht mehr. Hey, riecht's nach Holz. Hast du ne Latte? Ein Holzwarmer. Achso. Ein Holzwarmer. Oh. Oh, geil. Ja. Auf der Erde sein. Nein Die Post steht einfach nicht mehr still Jetzt war Hermes da gewesen Jetzt nochmal DHL Hermes hat mir hier ein T-Shirt gekauft Von Armani Ganz nice War mega geil im Angebot Amazon müsst ihr mal vorbeischauen Wenn ihr Bock habt Ihr kommt jetzt auch nicht im Review Ich weiß nicht was hier drin ist Ich hab einfach zu viel bestellt Ach gucke mal Ne das muss ins Review Das muss ins Review Das geht gar nicht anders Das ist übrigens die JPG3 Box Ne die muss ins Review Da können wir jetzt nichts anderes Okay Schade Kommt dann auf dem Review Channel Link in der Videobeschreibung Pfff Hohohoho